Eine großartige Schriftstellerin! In diesem Video geht es um die Schriftstellerin Hertha Müller. Ich erkläre dir, wer Hertha Müller war und was sie so berühmt machte. Hertha Müller wurde am 17. August 1953 in Rumänien geboren. Sie gehört der deutschen Minderheit in Rumänien an, was bedeutet, dass ihre Familie deutsche Wurzeln hat, aber in Rumänien lebt. Hertha wuchs in einem kleinen Dorf auf, in dem die Menschen unter der kommunistischen Regierung von Nicolai Ceausescu litten. Schon früh lernte sie, wie wichtig Freiheit und Meinungsfreiheit sind. Hertha begann ihre Karriere als Schriftstellerin in den 1980er Jahren. Sie schrieb Gedichte und Kurzgeschichten, die von ihren persönlichen Erfahrungen und dem Leben unter der kommunistischen Regierung handelten. Ihre Werke wurden oft kritisiert und verboten, weil sie die Regierung infrage stellten. Trotz der Schwierigkeiten setzte Hertha ihre Arbeit fort und wurde immer bekannter. 1987 zog Hertha Müller nach Deutschland, weil sie in Rumänien bedroht wurde. In Deutschland fühlte sie sich freier, ihre Meinung auszudrücken und weiterhin über ihre Erfahrungen zu schreiben. Sie veröffentlichte mehrere Romane und Erzählungen, die von Kritikern und Lesern gleichermaßen geschätzt wurden. 2009 erhielt Hertha Müller den Nobelpreis für Literatur. Die schwedische Akademie, die den Preis vergibt, lobte sie für ihre Fähigkeit, die Landschaft der Heimatlosen in ihren Werken darzustellen. Hertha ist die einzige deutsch-rumänische Schriftstellerin, die jemals diese hohe Auszeichnung erhalten hat. Hertha Müllers Bücher sind heute in vielen Ländern bekannt und geschätzt. Sie helfen uns, die Schwierigkeiten und das Leid der Menschen zu verstehen, die unter politischen Regimes leiden. Ihre Werke sind ein wichtiges Zeugnis für die Bedeutung der Meinungsfreiheit und zeigen, dass Kunst und Literatur eine wichtige Rolle dabei spielen, diese Freiheiten zu verteidigen. Sie helfen uns, die Schriftstellerin zu verabschieden.